Ich bin in die obere rein, oder? Keine Ahnung. Ja, genau. Los Gecko, streng dich an. Das ist ja mein Lieblingslevel, das kenn ich ja noch gar nicht. Kennen Sie schon Level 4? Ja, ja. Kennen Sie schon den Salz, Gecko? Mhm. Boah. Rutsch, Gecko! Rutsch! Ich muss, glaube ich, gleich ganz viele wilde Ärsche treten. Ja, genau. Denk dran, Lakito. Ja. Lakito. Pokito. Man kann ihn auch Kissentoasten nennen, aber... Jups. Er hat es geschafft. Ja. Wäre traurig, wenn nicht mehr. Ja. Gut. Na, Level 4? Kennen wir jetzt langsam auswendig, oder? Glaube ich. Hm. Wollt ihr nochmal Level 4 sehen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen das Schiff endlich sehen. Ja, ich glaube, das ist auch cool. Ach ja. Und das bedeutet, Drake hat schon wieder die dritte Welt. Gecko, jetzt streng dich mal ein bisschen an hier. Ich sag dazu aber gar nichts. Ja, ich... Ja. Ja, doch. Also... Und? Wie läuft's denn Zelda so? Ha. Mindestens genauso beschissen, würde ich mal sagen. Nach dem, was ich gestern in deinem Stream zu sehen gekriegt hab. Oh. Hast du denn das Geheimnis der Kisten denn mittlerweile gelöst? Ja, ja, wir sind da durch und so. Ja. Ich muss sagen, ich fand das gestern unheimlich witzig. Freut mich. Ich fand's interessant mit dem... Was war das mit den Kisten? Ohne Scheiß. Was? Ich hab keine Ahnung. Was war das? Ich fand's unheimlich lustig. Das ist sonst an keiner Stelle in dem Spiel passiert, dass die da so komisch wieder... Das war sehr... Das war verrückt. Ich sag ja, das war eine Cheater-Kiste. Ja, ist halt so. Aber alle, die da auf dem Berg waren. Alle. Das ist so bescheuert. Ja, aber das war witzig. Weg. Tschüss. Weg. Aber haben wir noch geschafft. Den Titan fertig und so und ja. Wow. Ja, mehr eigentlich. Schade, hier ist nichts versteckt. Achso, und... Oh nein. Oh, nö, nö. Diese hässlich. Ausgerechnet du, Tussi. Ausgerechnet du. Ich kann dich nicht leiden. Hab ich das schon mal erwähnt? Geht. Da heult Luigi wieder ganz typisch. Das kannst du gut. Angry Luigi. Oh, da hast du Schiff. Jetzt darfst du auch mal versuchen, mein Schiff zu beenden. Hab ich das nicht schon mal? Und dann bin ich, glaube ich, beim Boss gestorben oder so ähnlich. Genau. Ja. Aber guck mal, ich bin so nett. Ich hab dir alles reingespielt, nur damit du das auch mal machen kannst, damit du dich nicht ganz so schlecht fühlst. Dankeschön. Damit du dich auch mal als Elf aufspielend hast. Ich glaub, so ist das einfach... Ich glaub... Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich glaub, so ist das einfach in Wirklichkeit. Wir spielen hinter den Kulissen von Mario. Luigi reinigt immer alles, damit Mario den letzten Schritt so machen kann, ne? Im Prinzip. Genau. Wollte ich gerade sagen, eigentlich. Aber ja, lassen wir das. Mhm. Ach ja. Ist es nicht schön so... Scheiße. Ja. Schön. Ich will das auch noch klein probieren. Ja. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Schnauze. 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 Mit Ruhe. Ungemütlichkeit. Ach ja. Ah. Kurz Abendessen. Mängel ist auch, glaub ich, Essen. Ja dann. Im guten euch. Ich hab schon gegessen. Und bis später oder so. Huch. Was war das denn? Was war das? Was, was? Was war das? Hm. Wo isses hin? Ach da oben. Das bringt mir schon was, weil ich bin groß. Wow. Die Frage... Mach nicht den selben Film. Lel! Ficken! Du trennst dir wie eine Taschenarschgranate. Was ist das? Spring halt da hoch, du Gandalf. Oh Gott. Dieser Gekko. Ich glaube, ich hole mir mal eben schnell ein paar Leben. Wie kann man nur? Das habe ich mich aber auch eben gefragt. Ach nee, ist nicht so. Da kriege ich ja Kopfschmerzen auf meine Kopfschmerzen. Ich kriege ja Kopfschmerzen von gegen die Stirn schlagen. Ach so. Ach ja. Wieder mal weiter. Viel Spaß euch beiden. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du trotzdem vorbeigeschaut hast. Okay, ich kriege den Meram-Frosch-Quark. Ich kann nicht verstehen, dass du auch mal... Das ist einfach zu katastrophal hier. Aber danke fürs Zusehen. Ach ja. Ja, ja, ja. Ach, come on. Und Drake, macht es noch Spaß mit mir? Nein. Ja. Wenn du schon so fragst. Das habe ich mir schon gedacht. Ach, Quatsch. Klar macht es Spaß mit dir, so kriege ich was zu lachen. Nee, nee. Ich könnte dich vollständig verstehen, wenn du dich einfach gehen wollen würdest, Luigi. Ja, oder so. Das ist auch eine gute Idee. Schade, ich habe gehofft, dass ich da rüber springen kann. Aber das war offenbar nicht der Fall. Hast du gesehen? Da war rechts so ein halber Luigi fast. Das ist noch viel gruseliger, als ich dachte. Okay, 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 okay. Schiff. Ich habe mein Alten verspendet. Das ist fantastisch. Gut. Gehen wir es an. Wann sagen, nicht wieder in der Ecke hängenbleiben. Ja, ja, so winzig. Winziger. Langweilig dich schon? Bisschen. Was erwartest du? Spannung. Biel. Und Schokolade. Hey, that's so. Level was? Oh, wei. Oh, nein. Komm. Please, komm, lass, komm, bitte. Was machst du da? Da cheatet er hier schon wieder? Mal gucken, ob wir es benutzen. Aber ich weiß ja nicht. Ich will nicht wieder alles von vorne machen müssen. Aber warum das denn nicht? Weil es vielleicht kernbehindert ist. Können wir natürlich mit einem P-Flügel rüberfliegen, aber dafür ist mir der P-Flügel einfach noch zu schade. Gibt schlechter, der Level. Ach, jo. So. Komm, Luigi. Tu es. Wow. Okay. Wow. Na, scheiße, jetzt springst du da nicht hoch. Was? Was geschieht hier? Was machst du denn? Oh, komm mal. Ey, dieser ganz minimale Delay, ey, der nervt. Ja, eben, oder? Ist so. Mensch. Es nervt. Echt. Scheiße. Tja. Weil der Witz ist, ich war ja besser. Ich hab ja nach unserem Stream, hab ich ja nochmal gespielt. Weißt du ja. Und da war ich auch viel besser. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eventuell wirklich an diesem winzigen Delay auch liegt. Und an mir gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Ich denke mal einfach, dass es wirklich dieser kleine Mini-Delay ist. Oh. Wow. Oh, wow. Ja? I see the problem. Na gut, komm her. Ich bin ja nicht so. Es ist ja dein Let's Play. Du bestimmst alles so. Hopfen, nutz nur einen. Okay. Ja, gut. Ich schläge dir unser Leben in deine Hände. Äh. Ich hab das alles freigeschaltet grad, mein Lieber. Oh, mein Gott. Und ich hab auch nur noch ein Leben. Oh. Tja, jetzt hast du nur eine Wahl. Entweder setzt du zurück oder du riskierst dein Glück. Oh, mein Gott. Oh, natürlich. Hä? Natürlich. Natürlich. Ich glaub, der Goh hat sich's gerade überlegt. Oh, mein Gott. Nee. Nee, es geht doch nicht. Oh, Mann. Oh, fuck. Du, 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 du. Nee, ein Item hab ich. Gut. Jetzt hast du halt auch immer null Leben. Also entweder... Ja, wow. Spaßig. Bin wir da, Pizzas im Ofen? Ja, nice. Du, jetzt weiß ich wieder, warum ich lieber die Allstars-Version und ich die NES-Fassung spiele davon. Wegen? Allein schon wegen der Steuer. Ah, ja, ich seh's. Ja, Mengel, ich weiß, ich bin doch der Harry. Der Harry Potter. Du findest mich doch ganz bezaubern. Das hatten wir doch schon. Na, willst du noch einen Versuch geben oder willst du dich da... Das ist so dumm einfach. Was ist... Das ist einfach so dumm jetzt einfach. Zack. Ich komm hier hin und da. Wait a minute. Oh, geil. Schöne Mütze. Ja. Du, du, du. Das bringt dir eh nix. Ist mir geil. Oh, nanny. Soll ich, würde ich den Powerflügel benutzen? Nope. Okay, er will's selbst probieren. Okay. Oh, Fisch. Ei. I have a ID. Pass mal auf, ich mach irgendwas anderes. Und zwar hatten wir das eigentlich schon. Ja, ne? Ja. Das war alles freigeschaltet. Sicher? Haben wir fünf nicht weggelassen? Du bist sechs, sieben, acht durchgegangen? Das kann auch sein. Aber ich frag mich grad, was du vorhast. Oh, cool. Muss ich jetzt verstehen, warum er das Level macht, als die drei, damit er zum Schiff kommt? Ich will nicht zum Schiff. Ja. Ist ja schön. Du weißt, dass ich noch zwei Level vor dir habe, ne? Oh, na, dieser D-Day ist hardcore im Eimer. Ja, ich weiß, aber ich, du kannst das besser. Ich vertraue in dir. Na, super. Ja, ist ja schön, ne? Das kann ja was werden. Aber echt, hey. So. Und. Ich spring einfach drüber. Mhm. Das wird so schief gehen, schief gehen, schief gehen. Hey, ich glaub heute mal an mir. Ich glaub doch an dich. Ich kann nicht erst glauben, tut mir leid. Wow. Ach, ich glaub's nicht. Pass mal auf jetzt. Guck mal, da springt was. Huiiii, boing. Äh, Alter, was war das jetzt für ein Ruckler? Diese Wolke da, die irritiert mich immer noch. Die ist richtig scheiße, die sei... Ja. Tschüss. Was war das? Und dann hab ich jetzt was geschafft. Ne, also. Hey, viel Leben. Guck, siehst du, das war doch schlau. Oh. Ne, war's nicht. Ja, Gekko. Es war super schlau. Total. Viel Spaß. Ey, komm, das ist Level 1 zu 2. Ey, komm, das ist doch einfach. Alter, dieser Delay, der ist so hart. Hm. Das ist ehrlich. Aber ich rate mich, woher das kommt. Ob das... Wobei, bei mir im Stream hatte ich das nicht gehabt, als ich das mit Roman gespielt hab. Ich weiß es nicht. Und ich glaub, er wurde jetzt auch ein bisschen schlimmer. Ganz am Anfang ging's doch jetzt auch. Alter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. 4,5 ist durchgeballert. Ja, ich merk auf jeden Fall, dass meine Eingabe nicht so passiert, wie es sollte. Ja, eben. Äh, äh, äh. Was wollte ich denn machen? Achso, du gehst ja über Dings, äh, den Ladenadapter rein, oder? Ja. Hm. Vielleicht liegt's auch daran. Was? Ja, weil ich bin ja Wi-Fi. Du, der Roman, der geht auch nur über so Wi-Fi rein. Ja. Aber es ist die Switch. Man weiß es nie. Oh, okay, interessant. Ja, ich weiß, ja, 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 ich mach jetzt gerade so richtig behindert. Ach, come on. Klappt's? Die Verb... Was hast du getan? Klappt's? Was ist passiert? Mir wurde gerade kurz angezeigt, dass die Verbindungen die Spieler... Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Nee, alles cool. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, ich kann eine Sache versuchen. Okay. Hier. Okay. Okay, aber es geht halt nicht mehr. Was hast du getan? Drake. Bisschen wir auf... Äh, geh doch mal da runter. Ach, egal. Vielleicht ist es jetzt besser. Biss. 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 Was muss ich tun? Ach so, genau. Äh. Viel Spaß. Wir machen das. Komm, wir gehen beide... Wir gehen einfach... ... beide vor. Ach ja, Fischkopf. Genau. Fischkopf. Äh, 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 Delay in deinem Arsch. Geh weg jetzt. Genau. Ja, ja, gut. Lektion Nummer 1, Mängel. Baka, Baka. Mit mir an sich anzulegen, kann ein bisschen gemein enden. Drake ist ein, äh, ist ein, äh, hier. Kräftigererer Mod. Da muss man aufpassen. Äh, komm da hoch. Bitte. Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? What the fuck? What the f... Alles klar. Fischi, 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 fischi. Hast du das gesehen? Freude Nase. Gummibären. Okay. Äh, das ist easy.